Heute gibt es eine kleine Malstunde und eine Korrektur. Ich habe die Kamera noch mal verändert, dazu sage ich dann auch gleich noch was. Wir werden uns jetzt allerdings erstmal ganz entspannt einer Frage widmen, die mir in den Kommentaren gestellt worden ist. Und zwar geht es dabei um Verschiebungen. Zuvor aber logischerweise unser Thumbnail. Das dauert heute Morgen, also jetzt ein bisschen länger einmal mit der Zeichnung. Deswegen holt euch einen Kirschsplitt Edition Sahnejoghurt von Zott. Die sind super lecker, kann ich empfehlen und wenn man gefrustet ist, dann kann man sich die auch sehr gut geben, so ein bisschen als Kompensation. Also, dass man da einfach ein bisschen sich relaxiert, zurücklehnt und sich das noch mal anschaut in aller Seelen Ruhe. Ich habe meine Birdiecam ein bisschen so verändert, dass man mich heute mal ausnahmsweise so ein bisschen von hinten sehen kann. Ich werde das nämlich später so machen, dass ich vielleicht mal meine OBS Oberfläche gezielt abfilme, damit Leute vielleicht nachvollziehen können, wie ich Soundeffekte einspiele und dabei dann halt sich der Bildschirm nicht weiter verändert, weil das ist bei OBS nicht ganz schlüssig dargelegt, ohne Extension das zu bewerkstelligen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Ich möchte dann halt einfach da die Möglichkeit geben, dass man das halt auch produzieren kann, weil das eine ganz einfache Geschichte ist und wer da Bock drauf hat, der soll das natürlich auch können. Wir wollten jetzt allerdings erstmal, nachdem wir diesen Joghurt da gesehen hatten, den wollte ich hier klein machen in diesem Fensterchen und gucken, ob das klappt. Und bevor ich zur Korrektur komme von dem, was ich beim letzten Mal falsch gesagt habe, da geht es nämlich um diese Postkarte, die kostet nämlich nur 1 Euro. Das zeige ich gleich mal auf der Seite. Da könnt ihr auch UC-Hilfe mal aufrufen. Das gibt sich auch aus der Internetseite dort. Gehen wir zum OPR-Schmierblatt. Hier habe ich sogar schon was vorbereitet. Guckt mal. Da haben wir nämlich einmal eine virtuelle Karte hier oben. Ich bin gefragt worden, wieso erlaube ich es manchmal, dass ein virtueller Punkt auf einem Bürgersteig liegt, sodass man ein Wandbild an einem Gebäude betrachten kann. Das hier ist eine virtuelle Karte und das hier ist die Realität, so wie sich das darstellt. Und wir stellen uns das so vor, dass wir hier unten so eine Fläche haben, die Realität, und oben drüber liegt eine virtuelle Karte. Habe ich blau gemacht, damit es so ein bisschen an den Himmel erinnert. Und ich habe immer von zwei Punkten gesprochen. Einen Punkt in der Realität und einen Punkt auf der virtuellen Karte. In Wirklichkeit sind es mehr Punkte. In Wirklichkeit haben wir vier Punkte. Wir haben nämlich hier, ich habe das als Fahrrad symbolisiert, weil ich für die Erklärung gerne etwas Mobiles haben möchte. Und das wäre dann ein Punkt in der Realität, den ich dann so mit einem kleinen Kasten noch zurechtbaue. Also das ist der Punkt in der Realität. Und der hat ein Pendant auf der virtuellen Karte. Hier oben wird der projiziert. Ja. Zack. Darauf. Und weil wir bei Ingress das Problem haben, dass die Spieler den Punkt direkt betreten können müssen, um die Mods im Inneren bespielen zu können, kann es sein, dass bei den Spieloberflächen von Niantic der reale Punkt und ein virtueller Punkt, dann hätten wir hier einen Punkt auf der virtuellen Karte. Ups. Hat er das jetzt geschlachtet? Egal. 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 genau aufeinander liegen, bei Maps immer. Bei Wayfarer, wegen der Besonderheit mit Ingress, kann es meiner, alles was ich sage, ist übrigens meine persönliche Meinung, ich stehe in keinerlei Kontakt zu Niantic, kann es im Ausnahmefall auseinanderfallen, wenn man den Punkt in der Realität nicht erreichen kann, wenn hier eine Mauer dazwischen ist oder ein Abgrund. Man das aber betrachten kann mit einer Sichtlinie, wenn man hier gucken kann. Sichtlinie, das sind also, wir haben es im Grunde hier einen massiven Punkt an dieser Stelle, der ist, das ist also Punkt, 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 malte er jetzt nicht oder was sollst du jetzt malen? Das hier ist ein massiver Punkt, der normalerweise im Mobil ist, nicht unbeweglich. Und hier ist dann ein Punkt für, das macht er nicht, macht er dann nur hier rüber. Okay, und das hier, das sind also die beiden Punkte, von denen ich immer dann so ein bisschen rede und man sieht dann auf den Karten die Projektionen von diesen vier Punkten. und man kann diese Punkte natürlich dann verschieben. Wenn man dann diesen Punkt, kann man auf der Karte in der Regel dann verschieben, indem man dann halt sagt, wir packen den Punkt immer genau auf den hier. Und dass man, dass diese Projektion auf der virtuellen Karte im Grunde eigentlich auch beweglich ist, erkennt man an dem Fahrrad, weil wenn das Fahrrad sich bewegt oder man auf Maps guckt, seinen blauen Pöppel, seinen Standort und man geht, dann bewegt er sich ja auch. Also das Ding kann im Grunde auch sich bewegen und projiziert werden dann auf die virtuelle Karte. Und nur wenn hier dann etwas ist, was es unmöglich macht, auf diesen Punkt zu treten, damit man die Mods im Inneren zu bestellen kann, bespielen kann, dann kann man auf der virtuellen Karte den Punkt, diesen virtuellen Punkt verschieben. Damit man hier die Sichtlinie ausnutzen kann, um Sightseeing zu machen. Das ist ein Sightseeing-Charakter bei diesem Spiel. Wir haben also einen Punkt in der Realität für das Objekt, einen virtuellen Punkt, das Portal, der Pokestopp, auf der virtuellen Karte. Und diese beiden Punkte werden hier auf die Realität projiziert, dass man da dann halt hingehen kann und sicher stehen und spielen kann. Und dieser Punkt wird auf der virtuellen Karte dargestellt. Und normalerweise sollen diese beiden deckungsgleich sein. Die Projektion des realen Punkts auf der virtuellen Karte und der Punkt auf der virtuellen Karte. Ich hoffe, das ist dann soweit klar, dass man dann, wenn hier eine Barriere ist, ein Gartenzaun, eine rechtliche Unmöglichkeit dahin zu kommen, dass man dann den virtuellen Punkt von der Projektion des realen Punktes verschiebt, weil hier dann in der Öffentlichkeit ein Punkt ist, der öffentlich betreten werden kann und der sicher ist für mehrere Spieler. Deswegen, das ist der Sightseeing-Charakter bei diesem Spiel. Und ich habe das hier, ohne mir das vorher zurechtzulegen, einfach mal spontan gezeichnet. Ich hoffe, dass das damit klar ist, dass man aus diesem Grund, damit Waypoints zur Entstehung gelangen können, verrutschen darf. Den virtuellen Punkt in die Öffentlichkeit, in einen öffentlichen Bereich setzt, damit hier mehrere Spieler sicher die virtuellen Punkte, den Pokéstopp, das Portal bespielen können. Das meint im Grunde auch Zugang für Fußgänger bei den Kriterien. Dieser Punkt muss sicher für Fußgänger sein, für eine kleine Gruppe von Spielern, damit die das safe spielen können. Das ist dann bei diesem Punkt nicht der Fall. Im Idealfall sind es beide und dann packt man den virtuellen Punkt auf der virtuellen Karte quasi über den realen Punkt in der Produktion. Das ist halt der virtuelle Punkt, der dann in die Realität projiziert wird, genau da liegt, wo das Objekt in der Realität ist. Man macht aber keine Ausnahmen davon, dass man das verschiebt aus Zellengesichtspunkten, weil hier alles voll ist von den Zellen her. Dann verschieben wir einfach den virtuellen Punkt weit weg, dass man es womöglich gar nicht mehr sehen kann. Um dann halt den zur Entstehung gelangen zu lassen, dann verzichtet man lieber auf den Waypoint und reicht den dann halt nicht ein oder man nimmt die Ablehnung hin und damit ist es dann gut. Nicht aus Zellengesichtspunkten, aus Praktikabilitätsgesichtspunkten. Und hier muss man bei dieser rosa Linie darauf achten, eine potenzielle Sichtlinie, eine Sichtlinie, die besteht und die potenziell oder höchstwahrscheinlich zukünftig nicht beeinträchtigt wird. Das ist wie bei der Mona Lisa im Museum, du stehst vor der Absperrung, die du nicht überschreitest. Das ist zwar, physikalisch könnte man sie überwinden, aber rechtlich ist es unmöglich, ein unüberwindbares Hindernis. Und von dort aus guckt man und diese Sichtlinie vom Standbereich der Zuschauer auf das Gemälde wird auch zukünftig unbeeinträchtigt bleiben. Das ist im Grunde genau das, worum es geht. Diese Zeichnung und dieses sich auseinander überlegen ist im Grunde nicht so wichtig, weil man das intuitiv eigentlich richtig macht. Deswegen ist das hier so ein bisschen weit ausgeholt, um zu erklären, warum ich dann bei dem einen Video so eine Uhr an einer Hauswand angenommen habe und den virtuellen Punkt auf den Bürgersteig gesetzt habe. Weil man von da aus gucken kann und weil klar ist, dass die Leute nicht die Hauswand hochklettern zu der Uhr. Physikalische Unmöglichkeit, auch wenn man da nicht Spider-Man ist. Das ist halt so der Punkt. Wir haben im Grunde vier Punkte. Ich rede meistens von zwei. Vier Punkte. Ein Punkt in der Realität hier unten. Ein Punkt für das Portal, den Pokestopp auf der virtuellen Karte. Und diese beiden Punkte werden projiziert. Der reale Punkt wird projiziert auf die virtuelle Karte. Und der virtuelle Punkt für das Portal, den Pokestopp, der wird projiziert in die Realität. Und da kann man dann zu Fuß mit dem Fahrrad hinfahren. Und wenn man sich dann an dem Punkt in der Realität befindet, wo dieser virtuelle Punkt hin projiziert wird, dann kann man Pokestopp und Portal bespielen. Und umgekehrt bewegt man sich dann, wenn dieser Punkt nicht mobil ist, der würde dann übrigens auf dieser Karte mitwandern, dann bewegt man sich halt eben in der Realität. Und wenn die Punkte übereinander liegen, kann man die auch bespielen. Also es ist so ein bisschen Maps. Denkt den blauen Punkt, den ihr darstellt, das ist halt, dann seid ihr der Punkt in der Realität. Und der blaue Punkt auf der Maps-Karte, das ist die Projektion eures Standortes auf der virtuellen Karte. Und die beiden, da muss man halt, die beiden, wenn es sich hier um ein Objekt handelt, was man aufsucht, aufsuchen. Ja, da habe ich mich am Ende nochmal ein bisschen verhaspelt. Deswegen machen wir das jetzt aus. Fragen dazu bitte in die Kommentare stellen, dann kann ich die Zeichnung nochmal wiederholen. Was ich sonst sagen wollte, war hier, ich habe im letzten Video den Verein Jüsehilfe vorgestellt. Da gibt es hier nämlich die Postkarten zu erwerben und die kosten 1 Euro. Das kann man hier sehen. Und da kann man sich mit dem Verein über Facebook oder per E-Mail in Verbindung setzen. Per E-Mail oder über Facebook, wenn man eine Karte für 1 Euro erwerben möchte. Und das ist dann halt, da die Spende von 1 Euro geht an unseren Verein für die Sehbewohner und die Versorgung und Pflege der Tiere. Und generell kann man sich dann halt überlegen, wenn man den Verein unterstützen wollen würde und aber keine Postkarte erwerben möchte. Hier unten gäbe es dann noch die Möglichkeit für eine Spende. So eine Postkarte ist hier zu sehen. Das Foto ist von einer Person mit dem Namen Süß. Also S-Ü-H-S war eben gerade auch ein Bild zu sehen. Das sage ich nicht, weil ich es muss, weil man kann sein Eigentum so viel in Kamera halten, wie man möchte. Da hatte ich gestern eine Diskussion. Sondern um das zu würdigen, das schöne Bild. Ich mache das hier jetzt mal aus. Denkt daran, einen leckeren Joghurt zu essen, während ihr euch das mit der Zeichnung nochmal anschaut. Und das Ganze ist halt ein bisschen abstrakt, wenn man die Kriterien liest und sich überlegt, oh, da müsste hier alles ausgeschlossen sein. Dann müsste hier alles ausgeschlossen sein. Man muss wissen, Zugang für Fußgänger bezieht sich auf die Projektion des virtuellen Punktes in der Realität, dass man dort sicher stehen kann und Sightseeing machen kann. Wie im Louvre vor der Mona Lisa, vor der Absperrung bleibt man stehen, weil man da sicher stehen kann. Und man hat eine unbeeinträchtigte Sichtlinie auf das Gemälde. Das ist dann, wenn du draußen gehst und siehst ein Wandbild an einem Haus, dann hängt da die Mona Lisa womöglich. Dann gehst du an die Absperrung, das ist der Gartenzaun. Und da bleibst du stehen und dann guckst du. Und wenn der virtuelle Punkt auf den Bürgersteig projiziert wird, damit die Ingress-Spieler den betreten können, um die Mods im Inneren mit Ultra-Strikes bespielen zu können, dann ist es legitim, das Wandbild einzureichen, auch wenn das von dem virtuellen Punkt versetzt ist. Das ist eigentlich nochmal wiederholt, was ich da gerade schön gemalt habe. Und wir sind bei 35 stehen geblieben. Bin ich jetzt hier richtig mit meinem ganzen Zeug? Da wollen wir nämlich in die Prüfung einsteigen. Fragen dazu bitte in die Kommentare stellen. Und das macht man in der Regel eigentlich intuitiv richtig. Man kann dann nur so ein bisschen durch Kommentare und wenn man die Kriterien liest, aufs Glatteis geführt werden. Man muss sich darüber im Klaren sein, die Projektion des virtuellen Punktes, das wäre das Portal oder der Pokestopp, der muss sich in einem öffentlichen Bereich befinden, wo Leute sicher stehen und gucken können, um diese Dinge bespielen zu können. Gehen wir auf Bewertung und steigen einfach mal ein. Wir haben uns das letzte Mal schon nicht mit Ruhm bekleckert, habe ich meinen Tee umgerührt. Trinkt warme Getränke, kommt gut durch die Zeit. Zum Kulturdenkmal, also, sieht man das hier irgendwo? Du hättest versuchen können, hier das Nasenschild einzureichen. Hier ist ein Friseur drin. Das hier ist wahrscheinlich eine historische Werbung von der Fleischerei Krug. Die hätte ich eingereicht, weil das Dorfgeschichte ist oder Ortsgeschichte ist. Die kann meiner Meinung nach ankommen. Wir haben bei dieser Fachwerkgeschichte keinen Hinweis darauf, dass die Angabe korrekt ist, dass es ein denkmalgeschütztes Haus ist. Wir können allerdings hier jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Wenn wir das Portal auf den Bürgersteig setzen, gibt es die Projektion von der virtuellen Karte in die Realität hierher. Und wir hätten dann hier das Bild. Das Bild ist unerreichbar, weil niemand wie Spider-Man die Wand hochklettert und es ist auch ein bisschen seitlich versetzt. Und hier hast du die Sichtlinie. Zeit ziehen, wie im Museum. Man bleibt vor der Absperrung stehen und guckt. Und damit ist alles gut. Das ist der Punkt in der Realität, der auf die virtuellen Karte projiziert wird. Und hier ist der virtuelle Punkt von der virtuellen Karte, der in die Realität projiziert wird, wenn du dich dann zu Fuß hierher bewegst, um hier zu stehen, um die Mods im Inneren des Portals bei Ingress mit Ultra Strikes zu spielen. Und bei Maps würde man immer den virtuellen Punkt über den Punkt in der Realität setzen, damit die aufeinander projiziert werden, gespiegelt werden und dann, dass man da ankommt. Das hier kann ich so nicht annehmen. Weil wir hier zwar einen Friseurladen haben mit einer Solaranlage, aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass das denkmal geschützt ist. Man hätte das Nasenschild hier versuchen können. Ich mache hier nochmal die Farben. Das müsste man dann im Detail sehen, ob das was ist. Und ich hätte das hier genommen. Also ich hätte auf jeden Fall das hier genommen und erklärt, Fleischerei Krug, wie man es erkennen kann, existiert in dem Gebäude nicht mehr. Hatte allerdings in diesem Ort eine lange Tradition. Stellt Stadtgeschichte dar und Strukturwandel dar. Das muss den Leuten bewusst werden, dass sie Anpassungsleistungen halt während ihrer gesamten Lebenszeit erbringen können. Das ist ein lebenslanges Lernen, kann man in die Beschreibung schreiben und dann hätte das Wert, meiner Ansicht nach. Aber das ist leider dann einfach nur ein Haus ohne Nachweis. Gehen wir dann hier auf Wayspot Kriterien, sonst die gab es gar nicht. Leider nicht nachgewiesen. Alles was ich hier sage, ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Das bedeutet nicht, dass dieser Waypoint von allen Leuten abgelehnt wird, wenn eine Vielzahl der Prüfer die Gemengelage ergibt ja dann im Endeffekt eine akzeptable Spieloberfläche. Kann sein, dass sie das annehmen. Also wie gesagt, aber ich lehne es ab, weil es halt nur das Gebäude ist und wir keinen Nachweis haben, dass das funktioniert. Dass es sich tatsächlich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt. Da hast du ein Mosaik an einer Wand, das ist im Grunde das Problem. Das Problem ist, ist das hier Kunst? Wollen wir darüber nachdenken? Regt das zum Nachdenken an? Gibt es verschiedene Deutungen bei diesen Geschichten? Wir haben hier nochmal, wir haben einen relativ kleinen Ort. Das kann man schon mal sagen. An der Brückenstraße. Wenn an der Brückenstraße eine Brücke ist, solltest du die Brücke einreichen. Hier könnte eine Brücke sein. Reicht doch mal diese Brücke ein, wenn du da bist. Hier ist ein Gebäude da mit kleinen Erkalis. Das, was wir nicht sehen können, das ist schon mal nicht so toll. Hier geht eine Mauer drumherum um das Gebäude. Das ist nicht da. Wir merken uns einfach mal diese Geschichte hier mit den Gebäuden. Das kann man besser identifizieren. Und dann kann man sagen, doch, es ist da. Ja, es ist da. Es ist da, es ist da. Hier hast du wieder. Sieht aus wie im Museum. Der virtuelle Punkt auf den Bürgersteig. Hier ist die Absperrung, die unüberwindbare. Und da ist in der Realität der Punkt. Und dann Sichtlinie. Das ist alles. Sightseeing. Wie im Museum. Du läufst quasi durch ein riesen Realmuseum. Und das ist nur, kommt bei den Spielen nur darauf an, dass der virtuelle Punkt in einen Bereich in der Realität projiziert wird, wo die Leute sicher stehen können. Wir können das nehmen, das Vögelmosaik. Ach du Scheiße. Das ist auch noch ein schlechter Titel, ehrlich gesagt. Aber die haben nichts, ne? Naja, das ist Titel und Text, würde ich sagen. Titel und Text. Textqualität. Familienfreundlichkeit. Schreib's richtig. Sport und Spielpark Schernekau. Spielgelegenheit für Groß und Klein. Ist eine Klettergelegenheit. Spielplätze. Danke. Das wird hoffentlich dann das Erste sein, was wir so schön durchwinken können. Weil wir nämlich hier den dann auch sehen. Oh, das ist ganz fein. Sehr schön. Kriegst du fünf Sternchen. Haben wir endlich was. Das ist natürlich keine Basis. Ein Spielplatz. Erholung im Freien. Dann haben wir endlich einen Wegpunkt, den wir so durchwinken können. Hier. Ne, das ist so ein Kletterbums. Ich hab gedacht, da wäre eine Stähle, was man da irgendwie sehen kann. Okay. Alles klar. Endlich haben wir einen Wegpunkt, den wir durchwinken können. Ich denke, das ist dann doch nicht ganz so schrecklich. Herz am Waldweg. Holzkunst aus einem Baumstumpf. Und es geregnet hat's auch. Oh je. Gucken wir mal. Von der Seite angucken. Ja, das ist da reingesäbelt. Es wird dann ein bisschen erhalten bleiben. Diese Holzschnitzkunstdinger finde ich jetzt nicht so toll. Aber wir haben... Oh, was hast du denn hier für eine Karte? Aber im Außenbereich ist es in der Not... Hier gehen Wege ab. Kann man sehen auf der Karte. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass das Ding da ist. Das ist eine Holzschnitzerei, ne? Ich halte die nicht für sehr haltbar. Also die verrotten sie ziemlich, ziemlich schnell. Aber wir haben hier nichts anderes. Das ist übrigens schön fotografiert. Weil das dann so ausgeschnitten wird auf... Für den Scanner für Pokémon in so einem Kreis. Dann hast du da so ein Herz. Ein Herz ist auch immer ein schönes Symbol für den Scanner. Und bei Ingress sieht's dann so ähnlich aus. Und das Ding ist aus dem... So wie ich das verstanden habe... Aus dem Stamm geschnitzt worden. Das ist also hier unten noch fest. Also von daher hoffen wir, dass es da natürlich erhalten bleibt. Für längere Zeit. So lange, bis es dann endgültig verrottet ist. Historisch-kulturelle Bedeutung. Optisch einzigartig. So Holzschnitzerei, Absenten, haben wir nochmal einen reingebracht. Diese Außenbereichs-Waypoints sind halt super. Weil sie zu längeren Aktivitäten anregen, ne? Von daher, vom 1. April bis 15. Juli. Das ist aber eigentlich immer so eine ganz allgemeine Verhaltensmaßgabe. Die kultureller Werttreffpunkt nicht erkennbar. Ne? Wie Straßenschild. Ist ja im Grunde ein Straßenschild für Fußgänger nochmal. Ein Hinweis für den besonderen Bereich Feldmarkt. Wie Straßenschild. Wie Straßenschild. Da treffe ich dir auch noch ein. Gehst du da mal. So. 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 Weg. Na, ein bisschen frustrierter anfangen. Und da machen wir dann hier, dass wir da diesen Spielplatz sehen. Wähle den genau. Den packen wir mittendrauf. Damit die Leute auch ganz sicher weg von, 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 von der Straße sind. Spielplatz. Altersen. Ne, Sonnenbergstraße. Das ist ein Spielplatz. Wir gucken mal kurz, ob der bei Google eingetragen ist. Was ist hier? Final Line. Okay, haben wir nicht. Wenn man auf Wayfarer prüft, kann man das verwenden, um Maps zu verbessern. Das mache ich als Google Local Guide immer nochmal ganz gerne. Das ist ein zusätzliches Hobby von mir. Und da gibt es hier dieses Google Emblem. Wenn man da einen Linksklick drauf macht, öffnet sich Maps mit dem Kartenausschnitt, den man gerade bearbeitet. Hier haben wir gesehen, ist ein Spielplatz. Den können wir auch erkennen von der Satellitenansicht her. Sonst ruft man hier die Bilderleiste auf und kann damit noch ein bisschen genauer verorten. Das kann auch bei Prüfungen auf Wayfarer helfen. Wenn man dann überzeugt ist, sehr fest überzeugt ist, dass hier ein solcher Ort ist, an Spielplatz, dann kann man mit Rechtsklick fragen, was ist hier? Haben wir keine Antwort erhalten, damit wir keine Duplikate auf Maps produzieren. Machen wir fehlenden Orte hinzufügen. Und da schreiben wir dann Spielplatz. Und da wir wissen, dass die Danziger Straße nicht in der Nähe ist, kann es kein Duplikat sein. Und das wäre dann hier, Alter, Sonne, Berg, Weg. Und da wollen wir dann eintragen, Spielplatz. Und weil ich mir wegen des Straßennamens gerade nicht ganz sicher bin, dann habe ich hier entnommen. Gucken wir auf der Kleinkarte. Man ruft immer noch mal die kleine Karte auf, wechselt dort in die Satellitenansicht und schaut dann hier, Alter Sonnebergweg, Sonnebergstraße, Sonnebergstraße zum Hohenrott. Wir wissen nämlich jetzt hier nicht ganz genau, wohin geht denn der alte Sonnebergweg. Hier geht alter Sonnebergweg ab. Dann haben wir Sonnebergstraße nochmal neu. Die könnte hier um... Also wir haben hier die Situation, alter Sonnebergweg könnte so verlaufen. Sonnebergstraße gibt es hier und da. Das heißt, das könnte Sonnenbergstraße sein. Oder die Sonnebergstraße wird von der Straße zum Hohenrott unterbrochen, weil die bis vorne an die Kante läuft. Deswegen können wir uns nur sicher sein, dass der Spielplatz in jedem Fall an die Sonnebergstraße anmündet. Und deswegen nennen wir das Sonnebergstraße, weil dieser Abschnitt hier oben könnte alter Sonnebergweg... Ups, was machen wir denn hier? Alter Sonnebergweg, wir machen das weg. Dieser Abschnitt... Ey, das macht der denn hier? Dieser Abschnitt könnte zum Hohenrott heißen, könnte Sonnebergstraße heißen oder alter Sonnebergweg heißen. Deswegen war das keine gute Idee. Okay, wir machen das dann Sonnebergstraße, das Ding. Wir setzen den Pöppel bei Maps... Bei Maps spiegeln wir den virtuellen Punkt immer auf den Punkt, der da real ist. Also der virtuelle Punkt kommt auf die Projektion des realen Punktes auf der virtuellen Karte. Sonnebergstraße, fertig. Und das ist Sonnebergstraße. Sonnebergstraße. Nicht so viele Sorgen machen, das macht man im Allgemeinen, wenn man an das Museum, den Louvre, das Bild, die Absperrung, den sicheren Bereich vor der Absperrung denkt, beim Einrichten richtig. Nur muss es dann auch tatsächlich eine faktische oder rechtliche Unmöglichkeit geben, den Punkt in der Realität zu erreichen. Kann man den Punkt in der Realität erreichen, kommt der Pöppel direkt drauf, bei einem öffentlichen Platz oder wie hier bei einem Spielplatz. Da kann man ja drauf gehen. Dann werden die immer übereinander gespiegelt. Immer. Und es wird nicht verschoben wegen Zellen oder wegen Perspektive oder sonst irgendwas. Nur wenn man die Museumssituation hat, dann kann man den virtuellen Punkt in einen öffentlichen Bereich setzen, dass man da sicher spielen und gucken kann. Das ist meine persönliche Ansicht. Und das könnt ihr alle halten wie die Leute vom Dach. Ich mache das so, weil man sonst eigentlich kaum irgendwie auf Waypoints kommt. Der Isselsweg. Da haben wir ein Gasthaus. Okay. Rums, rums, rums. Das ist doch mal eine sehr feine Geschichte, dass wir hier dann einen Wanderweg haben. Da müssen wir gucken, ob wir diese Hütte da irgendwo sehen. Da ist die Hütte. Hier ist der Parkplatz. Was bist du denn? Brunnen am Treibhaus. Das sollte hier das Treibhaus sein. Da ist auch ein Brunnen. Und hier an dem Parkplatz ist das Schild mit den Speisekartoffeln. Das Ding ist auf dem Parkplatz. Man hat hier natürlich sowieso immer eine gewisse Streuung bei den Dingern. Also von daher ist das alles weniger dramatisch, als die meisten Leute denken. Man sollte dann halt... Aber wie gesagt, bei diesen Kriterien mit den Auslegungen und sowas, ist es halt manchmal, wenn ich mir anschaue, wie andere Leute da zum Teil bewerten oder ich das selber so ein bisschen... Manchmal ist man ein bisschen strenger unterwegs, manchmal ein bisschen lockerer und dieser Spielplatz befindet sich nicht dort. Was soll das? Da muss man immer locker durch die Hose atmen, um dann da vorbeizukommen. Hatten wir eben gerade Ort, nicht über einen Stimmner Ort, wird das so abgelehnt. Und wenn man sich darüber Gedanken machen muss, weil dann Leute immer so fragen, hast du nicht gesehen, schlaf mich tot, dann ist es im Grunde... Ich kam mir eben gerade so ein bisschen lächerlich vor wegen dieser Zeichnung, weil man muss es natürlich so begriffen haben mit den Projektionen der Punkten und so, aber man macht es eigentlich intuitiv richtig. Und dann fragen sich die Leute, warum machst du dir das dann mit dieser Zeichnung so kompliziert? Wir machen das wie im Museum, ist doch ganz einfach. Aber wenn man das auseinanderklamüsert, abstrahiert, ist das so, wie man das empfinden sollte, könnte, müsste. Also von daher, völlig egal. Also man kann bestimmte Situationen aber nur erklären, wenn man diese Zeichnung im Kopf hat oder mal gesehen hat oder so. Was bist du, Königs? Du bist überhaupt gar nichts. Du bist ein Brunnen aus dem Baumarkt, Massenware. Das machen wir nicht. Da so hingeböpselt, das haben wir jetzt keinen Bock drauf, auch nicht da irgendwie so zu retten. Hier haben wir einen Bahnhof und noch einen Bahnhof und noch ganz viele Bahnhöfe. Das hier ist der hintere Bereich des Bahnhofs, nämlich jene. Und das ist draußen vom... Man sagt natürlich, der Pöppel liegt hier draußen vor dem... Vor dem Bahnhofsgebäude auf dem Platz, aber das gehört zum Bahnhof. Das ist auch scharf. Man kann es erkennen an dem Schild. Man prüft diese Fotos unabhängig voneinander. Man sucht nicht das schönere Foto raus, sondern man hat einfach mehrere Fotos, die man gleichzeitig anhand der Kriterien begutachtet. Jetzt können wir uns nochmal angucken, dass... Übrigens, ich muss dazu sagen, das mit den Kriterien, das Niantic, das mit diesen Projektionsflächen, mit der virtuellen Karte und Realitätskarte und den Pfeilen, dass es im Grunde vier Punkte gibt, die ich als zwei Punkte bezeichne, nicht in den Kriterien bringt, ist wahrscheinlich sogar smart. weil die meisten Leute, die die Museumsgeschichte im Kopf haben, Punkt vor der Absperrung und wir gucken auf das Bild und dann machen die das intuitiv richtig. Man darf nur nicht dazu übergehen, dann wegen irgendwelcher Zellengeschichten oder was anderes zu verschieben und wenn es keine Absperrung gibt, keine physikalische oder rechtliche Unmöglichkeit, dahin zu kommen. Wir haben einen öffentlichen Platz, den man betreten darf und dieser öffentliche Platz wird eingereicht. Dann kommt der Pöppel natürlich direkt drauf, also dass man dann dahin geht. Diese Bilder sind beide in Ordnung. Wir können das hier aber ganz kurz anschauen. Ich habe hier bei den Einstellungen Deutsch eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen musste oder ob ich über Wakefahrer zuerst auf Englisch gelangen bin, es spielt keine Rolle. Das Ding ist schlampig programmiert, weil wenn du Fotorichtlinien hier, hier findest du die Fotorichtlinien. Jetzt sehen wir, dass derjenige, der diese Webseite verlinkt hat, normalerweise Service ist es, du kommst von Deutsch und landest bei Deutsch. Hier hat sich irgendjemand die Mühe gemacht oder es unterlassen, die Sprache richtig einzustellen. Das heißt, du musst dir die Sprache für deinen Bereich wieder suchen. Das heißt, das, was derjenige, der die Webseite hätte erstellen sollen, was der hätte machen sollen, hat er nicht gemacht. Und das machen jetzt die ganzen User immer, indem sie hier dann ihre Sprache raussuchen. Dass man von seiner Prüfung aus, wenn man hier die Fotokriterien aufruft, auf Englisch landet, hat keine Aussage. Das bedeutet nur, dass der Trollo, oder der das hier als Webseite eingerichtet hat, möglicherweise selber Englisch-Native-Speaker ist. Aber es bedeutet nicht, dass die Formulierungen der englischen Kriterien gewichtiger sind, als die Formulierungen auf Deutsch zum Beispiel. Das ist einfach, man hat hier ja bei dieser Oberfläche, wenn man Ablehnungsgründe hat, die erfüllen beide die Kriterien. Da gehen wir dann hier auf Absenden. Man hat bei diesen Ablehnungsgründen andere Beispiele, wo auch schlampig gearbeitet wurde. Ort ist unangemessen, unangemessener Ort. Hier, bei den Ablehnungskriterien zum Beispiel. Da ist also insgesamt schlampig gearbeitet worden. Das ist ein weiteres Beispiel bei den Fotokriterien, dass wenn man die aufruft, man zuerst bei Englisch landet und sich dann wieder seine Sprache suchen muss, ist auch schlampig gearbeitet. Und ich weiß auch nicht, ob hier schon alle Sprachen dabei sind oder ob das dann so einen Grund hat, wir wollen erst in alle Sprachen übersetzen und richten das dann ein, dass wenn man von Deutsch kommt, auch hier wieder bei Deutsch landet. Oder sie sagen, wir machen uns die Mühe nicht, weil wir das Geld nicht investieren wollen, die Arbeitszeit nicht investieren wollen, die User sind uns egal, die sollen das gefälligst selber suchen. Also ist kein Service. Hat aber ansonsten keine Aussage, bis auf, dass es kein Service ist. Das sagt es aus. So, was haben wir hier? Engelbräu, Engelbräu, Brauereien, Familienbrauereien, himmlische Biertradition. Das ist ein kunstvolles Nasenschild, kann man hier sagen. Brauereien kann man in der Regel besichtigen. Sehen wir das hier irgendwo? Wo bist du? Zeig dich. Wird uns hier nicht angezeigt. Wir gehen mal hier runter. Soll das hier die Brauerei sein? Oder wo ist denn das? Hier dran. Es ist von der Straße leicht abgesetzt, ein langgezogenes Gebäude und hat ein kleines Flachdach davor. Hier, da gibt es einen Bierladen, Brauerei, Gasthof, Bierladen, Lkw, Zuhaltung, Verwaltung, Engelbräu, 350 Jahre. Hat ein kunstvolles Nasenschild, hat hier ein größeres Gebäude, da noch ein relativ langes Flachdach. Das hier, da. Die Frage ist, wo hast du das fotografiert? Wahrscheinlich bei der Gaststätte oder sowas. Engelbräu, lokale Brauerei, doch. Das kann man besichtigen. Das ist auch familienfreundlich, weil es Technik ist. Das hier ist ein Betriebsgeländer, aber wir wissen, dass hier eine Gaststätte ist. Deswegen kann man da, ist das Betreten erlaubt. Wir sehen nämlich hier das Schild. Bierladen, Lkw, Zufahrt, Verwaltung, da muss man auch hingehen können, und Brauerei, Gasthof. Dann gehst du hier irgendwie so in diese Richtung. Das kannst du machen. Das geht. Das ist eine... Gibt es das? Brauerei, Brauerei, Brennerei. Mach mal so. Na, schwupsi, wups, auf, hier geht sie. Naturschutzgebiet oder Aue geht nicht durch. Oh, das ist hier bei uns um die Ecke. Naturschutzgebiet zum Beispiel fließt... Das ist leider wie ein Straßenschild. Weil die... Ich kenne zig von diesen Schildern. Hier in der Region, da steht immer dasselbe drauf. Da wollte ich das hingehen. Wie Straßenschild. Da brauchst du eine andere Informationstafel. Jetzt speziell über den Eisvogel oder andere Dinge. Wie... Das ist zumindest bemühe ich mich. Bei diesen Punkten haben wir die schöne Begebenheit. Wir haben hier Stöcke. Stöcke, die man hier vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann. Und wir wissen nur, hier ist es nicht. Aber das beweist nicht, dass es hier ist. Weil hier sind die Stöcke in verschiedener Länge. Oder die sind noch nicht richtig aufgestellt. Und hier hast du so einen richtigen Palisadengang. Das soll ein schönes Foto sein. Aber hier ist auch ein heller Weg. Also mit hell, mit hellem Kies, der sich hier nicht befindet. Aber hier. Von daher kein genauer Standort. Wir setzen den nicht irgendwo hin. Das wäre eine Skulptur. Hauen wir das so raus. Zack. Bums die Bums absenden. Und weil man natürlich sowieso Fehler macht. Aber auch seinen Bewertungsstil verändert. Ist da irgendwie... Und das ist ein Spiel, Leute. Wegen diesen Kriterien. Jetzt nicht immer so die Goldwaage rausholen. Sondern ein bisschen locker flockig auf Bespielbarkeit der Spieloberfläche achten. Aber auch nicht behumsten. Wegen dieser hellen Dings von Skirchen. Also ist dann die Hallenhaus. Ist das hier? Was haben wir da? Das soll wohl auch so eine... 27 gehört zu einem Rundweg. Zack. Zuck. Zack. Zack. Aber ich wette, das befindet sich auf der Karte. Hier dürfte es sein. Oder? Die Müllschluss. Sie sind nämlich eine Menge von diesen Plaketten. Aber das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das kann man dann an dem Hintergrund oder an der Gestaltung der Plakette dann erkennen. Aber ich finde das ungerecht. Hier. Ich habe hier bei uns auch so eine Uhr eingereicht. und die ist abgelehnt worden. Dabei sind das echte No-Brainer. Also absolut durchzuwinken. Und das hier ist ein Paradebeispiel für eine hängende Kunstinstallation. Zack. Ne? Super. Was haben wir hier? Das machen wir da. Gut. Dann bist du aber eigentlich... Dann bist du auch ein historisches Bauwerk. Und ein No-Brainer. Das müsste dann nur noch einigermaßen zu identifizieren sein. in der Petri-Straße. Wir sehen ein leicht asymmetrisches Dach. Möglicherweise. Hier und da. Ja. Das ist ein bisschen doof. Aber mehr als das erkennen wir nicht. Wir sehen hier zu wenig Informationen über den Ort. Hast du hier vielleicht ein Street View? Du hast kein Street View. Mist. Das ist ja ärgerlich. Wir sehen auch nichts, dass sich da was anschließt. Von Gebäuden her. Weil das wäre echt cool. Ein sehr cooler Wegpunkt. Aber, ehrlich gesagt, es ist wahr. Doch, wir sehen hier oben so dieses dunkel abgesetzte Fachwerk an dieser Ecke des Gebäudes. Und das sehen wir hier nicht. Hier ist kein Dunkel auf der Seite. Dann kann es sein, dass dieses dunkel abgesetzte bei dem Satellitenbild sich auf dieser Seite nicht fortsetzt. Wir sehen hier nur Fachwerk. Wir gehen auf Google. Google ist dann der letzte Notanker hierfür. Fangen wir, was ist hier? Vielleicht gibt es da eine Google Location. Aber nichts. Dann bitte hier. Hoffentlich hat ein Google Local Guide Bilder hinzugefügt. Das wird uns helfen. Wir erkennen das Gebäude wieder. Wir sehen hier den Anbau. Wir sehen ein angeschnittenes Gebäude. Wir sehen hier einen schönen Schornstein. Neben dem Gebäude befindet sich Grün. Grün neben dem Gebäude. Hier ist der Schornstein. Hinten gibt es einen weiteren, den wir nicht sehen können. Das langgezogene Gebäude. Und da können wir sogar sehen, dass das Dach angeschnitten ist. Der Standort ist korrekt. Und weil das nicht ganz einfach zu prüfen ist, also weil man hier auf Quellen von Maps zurückgreifen muss, kopieren wir die URL und fügen die bei Niantic mit hinzu, damit eventuell andere Leute das auch dann finden können. Sehr schön. Top-Waypoint. Super interessant, auch wegen der Schriftzüge, die da drauf sind. Das kann man dann immer schön. Das wäre auch noch was für die Beschreibung möglicherweise. Oder wenn man in Grassspieler ist, sind diese Schriftzüge super, wenn man Missionen erstellen möchte, um dann die Leute zu sagen, was steht denn da oder sowas ähnliches. Oder zähl oder mach oder hast du nicht gesehen und so. Und dann bringt das ein bisschen was. Dann gehen wir hier auf Absenden. High-Quality-Waypoint. Von der Art und Weise. Die Einreichung. Da hätte man erkennen können, das lässt sich nicht ohne weiteres verorten, ohne zusätzliche Quellen. Da hätte man ein Street-View-Foto machen sollen, damit das hier direkt angezeigt wird. Weil nicht jeder zu Google wechselt, um dann da die einzelnen Fotos zu kontrollieren. Weil wer diese Videos ein bisschen betrachtet, der wird sehen, wenn ein Street-View-Foto in der Region vorhanden ist, wird es einem als erstes angeboten. Weil man sich darauf am besten dann noch orientieren kann, um weitere Anhaltspunkte zu finden, ob das da ist. Und deswegen hätte man bei diesen Fotos oben eigentlich wissen müssen, kein Straßenschild. Hier nur der Nachweis Denkmal geschützt, was hier schon der Fall gewesen ist. Das hätte man auch da ablesen können. Hier machst du das groß. Das ist also im Grunde eine Wiederholung. Und da ist das Foto zur Einsendung vergeudet. Weil dann hätte man die Straße rauflaufen können, um das Gebäude seitlich mit den umstehenden Gebäuden abzulichten. So ähnlich wie das aufs Linksbumskirchen auf Maps halt dargestellt worden ist. Ist egal, wir winken es schön durch. Ich hoffe, dass es zur Entstehung gelangt. Das ist optisch einzigartig. Kriegt volle Sterne, aber keine Fanfare, weil die Einreichung so ist, dass es heikel ist. Es könnte da auch leicht abgelehnt werden, weil man sagt, wir können es nicht verorten. Otterpfad. Das wäre ein Ding für mich, weil Otter sehen lustig aus. Dies ist Station 3 vom Otterpfad, ein Rad- und Wanderweg mit Informationen zum Otter und seinem Lebensraum. Im Schnee. Der Otter im Schnee. Otterpfad. über das Ufer hinaus. Wollen wir mal gucken. Otterpfad ist ganz fein gemacht. Hier sehen wir auch ein kleines Ottergewässer und einen Otterweg. Und hier sehen wir, dass schon verschiedene Otter hier langgelaufen sind. Rums, 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 rums. Und dann gucken wir mal, ob das da sein kann. Und wir haben Ilse, Bilse, jeder Wilse. Und das hier ist ein Pfad, der zu dem Weg führt, der zu dem Dings führt. Ich würde mal sagen, das Ding könnte da... Hier ist eine Brücke übrigens, ne? Brücke hättest du einreichen können. Wäre doch was gewesen. Da geht ein Otterpfad lang. Ich frage mich immer, ist der Otterpfad da oder soll das jetzt... Hier geht so... Du gehst einen Weg lang und hier ist so eine Abzweigung. Was gibt denn das Relief her? Wir haben einen einzeln stehenden Baum im Uferbereich und ein Wäldchen. Da hier ein Graben ist, kann es nur in diese Richtung fotografiert sein. Das ist heikel bei diesen ganzen Sachen in der Natur, weil wir natürlich... Hier ist der einzelstehende Baum. Dann immer so auf Umgebungsmerkmale angewiesen sind. Aber das Ding ist da. Wir sehen den einzelnen Baum. Auf den ist es mir echt angekommen. Den hier. Und dann hier hinten das Wäldchen auf der anderen Seite. Das ist 5, 5. Und da kann man sehen, immer schön den Horizont mit reinbringen. Dann hätte er das Handy auch quer halten können und den Horizont mit reinbringen können. Historisch-kulturelle Bedeutung kriegt es viel. Optisch einzigartig. Der Otter sieht süß aus. Dafür gibt es vier. Sicherer Zugang. Oder ist es für so eine Informationstafel nochmal sehr schön gestaltet, weil man das hier mit dabei hat. Also dieser 5 Stern ist nicht für das Foto oder für die Einreichung, sondern für die Leute, die diesen lustigen Otter ausgeschnitten haben und da aufgestellt haben. Hier sind wir uns auch für 4 Sterne sicher. Und wir machen dann hier ein Hinweisschild, eine Hinweistafel. Dann ist es soweit auch gut, dass wir das durchhauen können. Mädel mit Schweinchen. Hier wird sich gleich zeigen, dass diese Kunstgalerie eine Kunstgalerie ist und dass man sich schon für ein Exemplar entschieden hat, um die Leute da heranzuführen. Und dann wird das Mädel mit Schweinchen abgelehnt werden. Das wird gleich passieren. Ja. Mauer Graffiti Sozialkulturelles Zentrum. Rums Rums. Er ist wahrscheinlich auch so nah dran, dass er an, dass das anderes überhaupt gar nicht zur Entstehung gelangen kann. Hier siehst du den. Mauer Graffiti Sozialkulturelles Zentrum. Jetzt kann dich Street View retten mit deiner Einreichung. Nämlich, wenn auf der einen Seite Graffiti ist, der Mauer, und dann auf der anderen Seite nochmal. Weil nicht jeder auf die Idee kommt, um die Mauer herumzugehen um zu gucken, was auf der Rückseite ist. Jenseits der Mauer, das sind zwei unterschiedliche Orte und die Mauer ist ein physikalisch ohne überwindbares Hindernis. Das Problem ist, wir sehen hier, dein Bildchen ist an der Straße. Das ist gar nicht bei dem Platz. Das heißt, wir müssen das gar nicht prüfen. Hier ist auch irgendwie so ein Sportspiel-Spaß-Kram. Keine Ahnung. Der Dingen wäre, dieser Standort wäre sowieso hier auf dem Bürgersteig und das Ganze ist ein Duplikat zu dieser bereits eingereichten Galerie. Deswegen kann die Erwägung von wegen Mauer, unüberwindbares Hindernis nicht zum Tragen kommen und wird dann als Duplikat nach Hause geschickt. Der Spieler erhält trotzdem 500 Punkte für das Bild. Das heißt, du kannst hingehen, jedes einzelne Gemälde abfotografieren und reißt es ein als Foto zu dem Waypoint der Kunstgalerie. Und das gibt jedes Mal 500 Punkte und das läppert sich. Rums die Bums. Hier hast du einmal eine lustige Figur. Ich denke, dass man das als Form verwenden könnte für riesige Kekse oder so. Haben wir das denn? Die haben da aber ganz gruselige andere Sachen schon. Wo bist du denn? Zeig mal bitte. Du bist an dieser Stelle und wir wollen gucken. Ihr habt natürlich auch kein Street View eingeführt. Warum fügt ihr denn immer keine Street View ein? Wir haben hier oben breiter Erker, schmaler Erker, keine weiteren Erker, eine Bank direkt vor dem Gebäude und wir sehen das hier an so einem Cook-Dingsbumskirchen. Hier hast du schmal, breit, Cook-Bank davor. Das Ding ist dafür fünf Sterne. Du bist eine Kultur. Und bei Wohlwollen müssen wir natürlich auch sagen, kann man fragen, ist ein Treffpunkt, ist eine Bank davor. Da kannst du dich schon mal hinsetzen, ist irgendwie ein Treffpunkt und die Leute, die das einreichen, die wollen ihre Spieloberfläche derart gestaltet haben. Ich denke zwar manchmal, wenn ich da vorbeigehe, also wenn ich dort wäre an diesem Ort, in Pritzwalk, würde ich sagen, oh, das ist jetzt der total geile Wegpunkt. Nee. Aber ich fände es wahrscheinlich gut, wenn ich da irgendwas hätte, wo ich auf dem Handy rumdrücken kann. Von daher, manchmal hat man so Brückendinger, Bumskirchen, also von daher, aber die Leute, die da am Ort sind, die haben gesagt, das ist total geil und ich finde das schön und das muss man auch so ein bisschen respektieren. Und deswegen sollte man dann nicht so immer gezielt nach einem Grund für eine Ablehnung suchen, weil in den Kriterien, ganz am Anfang, bei den Ablehnungskriterien steht, Vorschläge und Änderungen können, und hier muss man lesen, sogar vollständig abgelehnt werden, können vollständig, das heißt, das heißt, sie müssen nicht, sie müssen auch nicht, sie müssen nicht vollständig und sie müssen noch nicht mal teilweise. Können. Können ist weniger als sollen, wobei sollen und können natürlich sehr viel weniger als müssen sind. Man hat da einen sehr breiten Beurteilungsspielraum, was bedeutet, dass wir natürlich Brücken, Waypoints, die verschiedenen Gebiete miteinander verbinden, vielleicht mit reinbringen kann oder Außenbereichswegpunkte mit reinbringen kann und man muss nicht gezielt krampfhaft nach einem Ablehnungsgrund suchen, den man komplett durchschlagen lässt. Das sind, das machen eher so Leute, die von der Schule noch geschädigt sind und sich dann da denken, oh, jetzt darf ich bewerten und jetzt muss ich mal richtig so dazwischenlang oder sonst irgendwas, das bringt nichts. Es geht ja auch so ein bisschen um die Spielfreude für alle und diese Spieloberfläche hier bei Niantic sollte man übrigens auch nicht verwenden, um damit zu spielen, denn das ist die Verwaltungsoberfläche, da sollte man schon versuchen, rational zu begründen. Hier haben wir Skate and Roll, das ist ein sehr schönes, lustiges Graffiti mit Bart Pimpson, oben mit so einer Metallleiste. Ich habe eine Region, da gibt es eine ganz lange Mauer mit so einer Metallleiste und das ist glaube ich die Region und da befinden sich diese ganzen Graffiti in diesem Bereich der Stadt. Und hier sehen wir so eine Mauer schon überhaupt gar nicht, wir sehen einfach nur einen Wohnklo und ja, ich irre mich, mit ein bisschen Glück irre ich mich, das wäre schön. Vielleicht irre ich mich aber auch nicht und wir haben hier nur das Problem, dass diese Graffiti-Dinger so weit auseinandergezogen sind, dass man diesen Bereich nicht angezeigt bekommt als Quelle eines Duplikats. Hier hätte ich nämlich jetzt gerne geguckt beim Holländer Weg. Ob da Bilder hinzugefügt worden sind beim Holländer Weg. sind sie nicht. Schade, das wäre nämlich mein Tipp gewesen für eine Bescheißer-Ecke. Was gucken wir denn hier? Hier haben wir den Punkt da weggemacht. Hier unten soll dieser Bereich sein und da ist überhaupt nicht ersichtlich, wo sich diese Konstruktion befinden soll. Du hast hier eine Straße und eine Abfahrt in die Dings und hier gibt es keine Abfahrt oben. Hier sollen zwar so Garagen sein, deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass da wohl Graffitis sein können, aber und das ist auch eine Rückseite Kante, aber hier führt keine Straße hin. Das hier ist wohl ein abgesperrtes Areal mit ganz vielen Fahrzeugen, ist das richtig? Ja. Wo dann die Leute da mit ihren Autos da immer hin und her im Schlüssel, dass da rein und raus kommen. Da kann es Graffiti geben, aber nicht dieses, weil diese Umgebung Dings ist nicht da. Das Foto zeigt zu wenig, als dass man es verorten könnte. Ansonsten wäre es ein ansprechendes Graffiti gewesen. Nicht über einstimmender Ort, einen richtigen Beschiss können wir nicht nachweisen, deswegen lehnen wir es einfach ab. Für die Anfänger, was ist das denn? Blurry Foto. Schlechte Fotokwalität. Bums. Magische Augen. Das ist ja fast ein Aussichtspunkt hier. Guckt euch das an. Kannst hier schön runtergucken in die Stadt. Deswegen hat hier einer auch die lustigen Augen hingemacht und hat gesagt, guck mal, hier kann man gucken. So ein Piktogramm für einen Aussichtspunkt. Hier haben wir eine Brücke. Diese Brücke ist wichtig als Wegpunkt, damit die Leute unter der Autobahn entlang laufen und nicht oben drüber. Damit man die Leute, ich habe so etwas ähnliches in der Bundesstraße, da war irgendwie auch einer was gesprayt und ich wollte das Ding hauptsächlich durchhaben, damit die Leute sehen, ihr müsst nicht über die Straße, ihr könnt auch unten drunter durch und das ist viel sicherer. Ihr müsst nur, anstatt 50 Meter nach rechts zu gehen, 50 Meter nach links gehen und dann kommt ihr völlig easy durch einen kleinen Tunnel in den Wald, da ist es auch schöner unterwegs zu sein und da haben dann die Leute gesagt, ey, wir sind zu doof, wir wollen das ablehnen, ha, 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 ich bin mir sicher, dass das Ding da ist und der Wegpunkt ist auch wichtig. Damit man die Leute halt einfach sicher, auch als ein Ratsspieler, wenn man eine Mission erstellt, kann man denen dann darüber deuten, nicht über die Autobahn laufen, unten drunter durch. Die meisten Leute werden das intuitiv richtig machen, genauso wie hier diese Museumsgeschichte mit der Barriere und man guckt, werden die meisten Leute intuitiv richtig machen und intuitiv richtig verstehen, sicherer Zugang für Fußgänger bezieht sich auf die Projektion des virtuellen Punktes in der Realität und das ist alles. Der virtuelle Punkt muss sicher, muss an einem Punkt liegen, sicher für Fußgänger und das hier ist ein Gemälde. Ich finde die, das ist nämlich sogar ziemlich cool, ehrlich gesagt und ich finde die Aussicht von diesem Punkt auch schön. Hier lohnt es sich, sich wirklich umzuwenden und nochmal ein Panoramafoto mit dem Handy von der Region zu machen. Ansonsten, die anderen Graffitis da sind wahrscheinlich Schrott, aber das ist okay. Dann machen wir hier auf Absenden, zack. Brückenöffnung im Jahre 1900, das lacht mich tot, hier öffnen wir über eine Unterführungsbrücke. Zeigen, zeigt die Unterführungsbrücke. Wo ist die Unterführungsbrücke? Mist, die ist tatsächlich da. Hier, da. Da ist die Unterführungsbrücke. Da kommst du hier. Weg. Ne, hier ist eine Garage. Wo soll eine Unterführungsbrücke denn sein? Wo? 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 Brücke in der Öffnung im Jahre 1900 öffnet die Hermelweiler Unterführungsbrücke. Das ist die Geschichte von hast du nicht gesehen. Wo hast du denn eine Unterführungsbrücke? Hier ist keine Unterführung. Wir können die Karte auch nicht kippen. Dann kann Street View. Wir sehen null Brücke. Null Unterführungsbrücke. Hier ist eine Zufahrt. Hier geht ein Weg. Hier ist ein Bürgersteig. Du musst über die Straße gehen. Da ist keine Unterführung. Hier ist... Ne. Da ist keine Unterführungsbrücke. Hast du da geschummelt? Ne, 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 ne. Ich sage mal, wir können nicht über ein stimmender Ort. Vielleicht ist so eine Unterführungsbrücke irgendwo anders wohl wollen. Fahrradbrücke, no-brainer. Brücken sind immer super top, weil man nämlich völlig easy Hindernisse überwinden kann. Das führt Menschen zusammen. Und man kann sich auch aus dem Weg gehen, wenn mehrere Pfade eröffnet sind. Das ist auch friedensstiftend, ne. Und wenn man dann hier noch eine Brücke hingebaut hat, dass man da nicht vom Rad absteigen muss, um es dann rüberzuheben und sonst irgendwas. Und für Fußgänger und ältere Menschen ist es auch für Inklusion gut, ne. Und gegen Altersdiskriminierung eine Fußgängerbrücke zu bauen. Und für Kinder ist es toll, ne, dass sie dann halt nicht an den Hauptverkehrsstraßen unterwegs sein müssen. Deswegen bist du eine Fußgängerbrücke, auch wenn du... Fußgänger sind ja wie Radfahrer, sag ich mal so, ne. Und von daher eine sehr schöne Einreichung. Das Foto zur Einsendung ist nicht so, dass es mehr Informationen liefert für die Verortung. Ist nicht smart aufgenommen. Ne, so sieht's aus. Der sieht aber witzig aus. Gut, dass sie es dran geschrieben haben, dass es Spongebob sein soll. Das ist ja eine geile Geschichte. Nicht schlecht. Haben wir überhaupt schon mal was bei Maps bei dieser Aufnahme hinzugefügt irgendwo? Weil ich da nämlich auch irgendwie so ein bisschen sehe. Da hier ist auch ein schöner Strompöpsel. Den hättest du mit ins Bild bringen können, den Strompöpsel. Wir sehen hier, guck mal, einen riesen Strommast. Der hätte uns so bei der Verortung geholfen. Da muss man, wenn das der Stromkasten sein soll, was wir nicht wissen, einfach nur hier hingehen an die Straße und dann fotografiert man dieses Areal da hinauf. Hier so das mit Stromkasten drauf. Man kann auch hier ins Feld gehen und dann darunter fotografieren. Hauptsache der Strommast ist mit drauf und das Portal ist mit drauf. So sehen wir nur einmal Kasten und nochmal Kasten. Und was wir nicht sehen, sind Stromleitungen, die hier irgendwo noch hätten durchs Bild gehen können, um das Ding zu identifizieren. Und da sehen wir die auch nicht. Und wir sehen auch keinen Schatten von einem Stromkasten, weil die Sonne ungünstig steht für die Aufnahme. Wir können nur hier hinten diese Dächer uns angucken und überlegen, Finden wir es damit. Na ja, das ist schon... Wäre einfach gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Hier sollen die Dächer sein. Und da sehen wir jetzt schon direkt, das sieht schlecht aus. Weil das Relief so verklüftet ist und hier hast du quasi eine Linie, die sich da zieht. Das sieht aus wie eine Linie. Lang, lang. Boah, zeigt mir das so groß. Soll das so groß sein? Machen wir mal. Gibt es hier irgendwas Markantes, wo man sagen kann, wir können es mit Sicherheit damit verorten? Wir haben hier ein quer stehendes Gebäude und da ist irgendwas gestuft. Ne? Und hier ist irgendwie mittig ein Ding. Das sieht schlecht aus. Also, wir gucken hier runter und das soll irgendwo so ein Quer sein. Wo ist denn der Pöppel? Da oben ist der platziert. Dieser Bereich fällt weg, weil das kann nicht im Bildausschnitt sein. Dieser Bereich kann es sein. Dann hättest du hier so diese langgezogenen Geschichten, hier das Querhaus dazu. Dann bräuchten wir was gestuhte. Hier ist das gestuhte. Hier ist das gestuhte. Und da ist das Gebäude mit den Luken und dem Dings. Herzlichen Glückwunsch. Das hat ja nochmal geklappt, ne? Weil du ein Außenbereichsportal bist und Spongebob wichtig ist, ne? Um unterhalten zu werden. Kulturelle Bedeutung dieses Graffiti. Da bin ich ja geneigt, einen Punkt zu geben, optisch einzigartig. Kriegst du hier. Weil Spongebob echt schöne lange Wimpern hat. Sicherer Zugang. Du bist eine Zeichnung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man muss sich halt auch überlegen, wenn man es verorten kann und weiß, dass es da ist. Ich freue mich. Vielleicht denken auch, das ist eine lustige, andere Leute auch, das ist ein lustiges Graffiti. Ne? Also, die Leute wollen das gerne auf ihrer Spieloberfläche haben. Ich bin sowieso nicht da unterwegs. Ein schönes Feld, Germany. Also von daher, viel Spaß mit eurem Spongebob. Sag ich so. Spielplatz, Elefant, Hüppede. Ein Spielplatz in Hüppede Nord für die Kleinen. Hier finde ich es immer toll, wenn ein Schild mit reingebracht wird auf dem Foto zur Einsendung. Welches den Spielplatz, das ist ja der Waypoint, der Elefant wäre nur repräsentativ. Nicht der Elefant wird eingereicht, der komplette Spielplatz. Wenn man hier so ein Schild öffentlicher Spielplatz und Bereiche des Spielplatzes sieht, damit man sagen kann, ja, es ist jetzt keine Spielgelegenheit für irgendeine, keine Ahnung, Kinderaufbewahrungsstätte. Spielplatz, der Spielplatz ist da, der hat sogar eine Google Location, der vormittlich. Du bist ein Spielplatz, sicherer Zugang. Dieses Stadtmöbelspielgerät ist eine Rubrik übrigens, die einem nicht, ich muss das ganz kurz wegmachen, oder sieht man das, das sieht man ja auch so, kann ich mich wieder zurückfassen. Stadtmöbelspielgerät ist keine Rubrik, wo man dann auf die Idee kommen kann, ich kann auf einem Spielplatz alle Geräte gleichzeitig oder parallel oder nacheinander einreichen, um da ganz, ganz viele Portale zu haben. Manchmal gibt es ganz einsame und sehr traurige Spielgeräte in der Peripherie, wo dann so ein Schaukelelefant steht und ansonsten ist da nur Beton und das ist dann das, wo das drunter fällt. Und diese Einzelspielgeräte würde ich wahrscheinlich auch weniger auf die Spieloberfläche bringen. Schön fotografiert auf jeden Fall. Spielplätze sind jetzt nicht so die Fanfaren-Dinger, weil man Spielplätze, da muss man hier nicht irgendwie besonderes Geschick an den Tag legen, um die Verortung zu ermöglichen. Da hätte der Sponge eher eine Fanfare verdient gehabt. Wir haben heute noch gar keine Fanfare gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, hier ist die Freiwillige Feuerwehr Gehstdorf zu Hause. Hier ist aber keine Informationstafel und keine Kunst groß angebracht. Hier steht sogar extra Feuerwehrausfahrt. Vor der Feuerwehrausfahrt kannst du das nicht machen. Wenn die Feuerwehrleute ihren Grillplatz hier nebenbei haben, wo sie sich treffen, kann dieser Grillplatz meinetwegen ein Waypoint werden, aber nicht die Ausfahrt von den Feuerwehrautos, Rettungskräfte von dort aus ausrücken. Hier wäre eine Informationstafel wahrscheinlich, hier sieht man auch eine Feuerstelle, hier ist wahrscheinlich die Informationstafel von der Freiwilligen Feuerwehr, reicht die doch ein. Das Ding, wenn du da ein Pöppel direkt davor setzt, hast du das Problem, dass potenziell ausrückende Rettungsdienste behindert. Die Ausfahrt von der Feuerwehr ist was anderes als ein Notfalltreffpunkt in der Wallachai. Von hier fahren die weg und die fahren häufiger weg, als man denkt. Und zu einem Notfallpunkt muss man schon gezielt hinfahren, da werden Rettungsdienste nicht behindert und Notfallpunkte machen sich sogar sehr gut auf der Spieloberfläche, weil die Spieler, wenn sie da vorbeikommen, potenzielle Ersthelfer sind oder diejenigen sind, die ein Mobilgerät dabei haben, um Rettungskräfte überhaupt erst zu verständigen. Das hier ist Behindertrettungskräfte absenden. Fliegt dann darüber raus, Burg Querfurt. Achso, habe ich übrigens euch was erzählt zu dieser Kamera hier. Ich habe jetzt mal diese Perspektive von hinten gewählt, damit man hier dann die Bildschirme sieht, weil ich überlege, wie gesagt, mal diesen OBS-Bildschirm da ein bisschen kompletter abzufilmen, falls sich Leute für die Geschichte mit den Anfahren und Einspielungen interessieren. Lustig, ne? Das war der Tusch. den darf es ja auch mal geben. Burg Querfurt. Wetten, dass du bereits in einem Waypoint bist. Pächterhaus. Südrondel. Was bist du? Burgführung und Veranstaltungen. Burgkirche. Davon habe ich einen Schlüssel im Portofolio. Haha. Scheune. Fürstenhaus. Was bist du denn? Marterturm. Da ist also nur der Turm mit gemeint. Ostbastion. Korn und Rüsthaus. Die haben also die Einzelteile eingereicht, der Burg. Was man bei einer Burg machen kann. Pariser Turm. Weil diese einzelnen Bestandteile der Burg sind auch Bestandteile entweder sogar von einzelnen Führungen oder von einer Führung. Wegweiser, Amtshaus, Dicker, Heinrich, Natur, da gehen wir dann schon weg von der von der von der von der von der von der Burg. Das geht. Du kannst die Burg auch dann einmal komplett einreichen. Das ist zur ursprachkulturelle Bedeutung. Optisch und einzigartig sicherer Zugang. Bist du denn hier bei der Burg? Ja, hast du ganz fein gemacht. Super. Hast du ganz, 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 ganz fein gemacht in Querfurt. Du bist eine Burg? Gibt es das als Dings? Burgerladen gibt es nur. Keine Burg. Schloss. Ich nehme dich als Schloss, obwohl du eine Burg bist. Ne? Zack. Achso, ey, der war perfekt. Super. Ich habe dann nämlich, habe ich heute überhaupt irgendwann mal irgendwas bei Maps hinzugefügt? Ich kann mich nicht erinnern. Gemeindeverwaltung, das ist doch mal Daseinsvorsorge. Müssen wir uns nicht drum kümmern. Pöppel kommt vor das Gebäude, damit die Leute nicht immer rein ins Bürgermeisterbüro rennen müssen, um da ein Pokémon wegzufangen. Rennen die immer rein und sagen, hier, Ortsvorsteher, geh mal schnell zur Seite. Ich muss das Pokémon wegfangen. Nein, 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 nein. Schön davor, dann kann man da reingucken und dem Bürgermeister zuwinken, wie er hinter dem Fenster sitzt und Käffchen trinkelt. Watar, wann war denn da? Was bist denn du überhaupt? Du bist so eine Art Rathaus. Bummsi Bumms. Absenden. Wie weit sind wir denn hier? Ich bin auch gegen rechts. Das ist gut. Ich bin gegen rechts. Das ist so gut. Habt ihr fein gemacht. Aber wir haben das Problem, dass es eine politische Aussage ist. Und die Oberfläche sollte neutral gestaltet sein. Das heißt, das ist zwar sympathisch, Sport ist auch interessant, aber es ist schablonhaft gesprüht und eine politische Aussage und deswegen kommt es nicht auf die Spieloberfläche. Obwohl ich auch gegen Extremismus bin. und zwar gegen jede Form von Extremismus, ob das dann jetzt so links, rechts, religiös ist, irgendwie so. Ich bin für die extreme Mitte. Wenn das nicht selbst ein, ja, dann zu extrem ist. Gegen rechts können wir leider nicht machen. Können wir nicht machen, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Politische Aussage, Sexualität. Das ist ein bisschen schade. Oder haben wir den lieben Buddha? Der verschollene Buddha. Ich würde sagen, für der verschollene Buddha, weil der lachende Buddha hat hier leider ein großes L. Wie traurig. Der Buddha, welchen jeder hier einst sah, ist in dem er da gestohlen, wurde er eines Nachts und vom Ort weggebracht. Schade eigentlich, ne? Lustige Figur. Das Problem ist, ich kann jetzt denjenigen, der diesen, der den Verlust des Waypoints quasi durch diese, durch dieses Dings meldet, ich kann keinen Missbrauch melden machen, weil das geht dann auf dessen Account. man kann hier nur zusätzlich im Kommentar, hier wurde wohl gemeldet, Komma, dass der Wegpunkt untergegangen ist, Punkt, er sollte daher gegebenenfalls gelöscht werden. Und das wird nichts bringen, diese Mitteilung. Bums. dieser architektonisch hervorgehobene Turm, das kann auch ein Belüftungskonzept darstellen, damit der Stall ein bisschen gekühlt werden kann im Sommer. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie man da Luft regulieren kann, weil die heißeste Luft sammelt sich dann immer da am höchsten Punkt und dann kann man gucken, ob man darüber auch entlüften kann, also einen Zug entstehen lassen kann, dass entweder durch die Türen oder durch Schächte kühle Luft in das Gebäude gezogen wird, weil hier oben welche rausgezogen wird. und ja, diese Schächte, die müssen halt ein bisschen in der Erde sein, weil man ich glaube ab vier Meter Bodentiefe hast du eine bestimmte Temperatur und wenn die lang genug sind, kann man auch ausrechnen, wie viel Kubikmeter Luft ist in dem Gebäude und wie muss ausgetauscht werden, damit man da eine bestimmte Temperatur hat. Das kann man machen, das ist super, das ist ein sehr schöner Wegpunkt. Hier hast du auch so einen Bretterzaun, wo ich nicht genau weiß, ob du zu dem Gebäude hingehen kannst, aber es reicht das zu betrachten. Hier hätten wir noch eine für eine Rundgangkarte, ja es geht aber auch so, du kannst sogar hingehen offensichtlich, die haben das so gemacht, dass man zumindest bis an das Gebäude herantreten kann, durch diese kleine Allee, zack, das ist schön, berühmtes Hauptgestüt, hast du nicht gesehen, da hast du hier noch Pferdestatuen eingereicht, sehr schön, da kriegst du auf jeden Fall. Und hier siehst du auch die Allee, hier oben war die Infotafel, da siehst du dann auch noch das Gebäude, es hat auch so ein bisschen Kathedralen mäßig für die Beschäler, da siehst du mal den Stellenwert hier, naja, dann machen wir das hier, das ist das historisches Gebäude, historisches Gebäude, nicht schlecht, nicht schlecht, das heißt wahrscheinlich so, war so ein, lieber Gott, zu segne unsere Beschäler, damit die auch alle mal schön fleißig sind, nicht schlecht, nicht schlecht, dann machen wir hier eine Runde, dass wir das durchwinken wollen, top, das hier ist ein sehr schöner Wegpunkt, den man aufgrund des Satellitenbildes, wir haben heute gar keine Fanfare abgesondert, sondern nur einmal einen Tusch, hier haben wir ein Insektenhotel, Denkmal für Naturschutz, historisch-kulturelle Bedeutung, Denkmäle, optisch einzigartig, kriegst du hier nochmal mir hinterhergeworfen, und hier sieht man so einen Geröllgarten, oben mit einer Hecke, Porstendorfer Weg, Porst, Porstendorfer Weg, hier siehst du so Schotter und Geröll, eine Hecke und Haus, Haus mit Dings und ein Insektenhotel und dieses Insektenhotel ist kein Hundehaufen Dings, haben wir hier diesen Absatz von einem Gebäude, haben wir, das tragen wir, wollen wir das mal sehen, das würde ich nehmen, aber nicht, du bist ein Denkmal, du bist ein Denkmal, und wo ich dann jetzt gerade dabei bin, ich habe heute überhaupt keine Fanfare gezündet, das geht nicht, damit wir gute Wegpunkte haben, diese Fanfare habe ich jetzt gerade abgespielt, weil ich Bock hatte eine zu zünden, ehrlich gesagt, lässt sich hier gut verorten mit dem Dings, kann man noch vertreten, eine Fanfare zu geben, aber ich möchte auch kein Video haben ohne Fanfare, das wäre sehr traurig, nein, das wollen wir nicht, ich habe vielleicht auch nicht intensiv genug dran gedacht, weil das ja auch was Lobendes ist für die guten Einreichungen, dass man das Museum der Altmarkt, das ist ja ganz, das ist auch ein kunstvolles Nasenschild, das ist cool, auch mit QR-Tag, also Leute, die da smart sind und was, ja, mit der Zeit gehen und was smart das dann auch machen, Museum der Altmarkt, sehr schön übernommen, zitiert, Eingang des Museums, das ist jetzt ein Suppitoppi-Wegpunkt, weil man da natürlich auch guckt, kann man da, also das Schild ist allein ein Wegpunkt, das Museum ist ein Wegpunkt, das ist so viel Musikpunkt, da sehen wir hier ein dreistöckiges Gebäude, hier sehen wir ein mehrstöckiges Gebäude, wir sehen den Vorbau hier nicht, auch nicht angedeutet, Industrie-Tür, am Park, was sehen wir denn sonst, wir sehen hier die Grünfläche, man sieht auf dem Satellitenbild nicht, Industriegebäude, eins, zwei, mindestens drei Stockwerke, eins, zwei, mindestens drei Stockwerke, darüber gebe ich es mit rein, wir machen hier ein Museum, Museum, um noch ein bisschen sicherer zu werden, können wir bei Google mal nach den, nach den Bildern gucken, Sommerschüler, hier ist der Eingang, hier siehst du das Muku-Schild, da können wir es sehen, da haben wir noch einen zusätzlichen Nachweis, den wir kopieren und in die Beschreibung mit reinnehmen und bevor wir jetzt da was ganz kurz machen, lassen wir uns hier noch ganz kurz sagen, sehen wir an diesem Spaßding, das Museum eingetragen wurde, Sommerschule Wust, Verbandverein, da interessiert uns, was ist das? Das rufen wir jetzt mal so auf. Okay, da kann man Englisch lernen, ne, die freuen sich ganz toll, hihihihi, da machen wir noch was anderes, da machen wir nämlich Einheimer Label hinzufügen, fehlende Informationen, Öffnungszeiten hinzufügen, Halt, was gibt's da unten, Sommerschule, brauche man nicht, brauche man nicht, brauche man nicht, brauche man nicht, fehlende Informationen, Entwurf, hier möchte ich ganz kurz was nachgucken, Name oder andere Details ändern, das geschlossen werden, ne, das können wir dann nicht machen, es gab irgendwo eine Option, wo man fehlenden Orte hinzufügen, wir machen dann hier, dass wir den Museum der Altmarkt, so heißt das, so wird es am Ort genannt, das nennen wir dann auch so, Museum der Altmarkt, sehr schön, Wust, da wollen wir nämlich gucken, wir hatten gerade schon nach einem Eintrag gesucht, das ist da nicht, das Museum der Altmarkt ist nicht in dem Gebäude, weil wir bei dem Gebäude nämlich wissend von dem Foto der Kauleiste, hier ist auch kein Foto hinzugefügt, das ist das falsche Foto, wir kopieren unsere eigene eingefügte URL, öffnen die, wir sehen bei diesem Einzelnes Gebäude mit einem Zugang und einem Dach und hier hast du mittig dann ein Bibel Gebäude zeigen nochmal mittig dann ein Bibel Gebäude das ist richtig platziert das Museum der Altmarkt hier ist nicht richtig platziert weil hier kein zweites Gebäude anfängt mit einem Pickel in der Mitte dann machen dann machen wir eine Änderung vorschlagen und dann machen wir Namen oder andere Details ändern geschrieben Kategorie du bist ein Museum Museum für Lokalgeschichte Standort auf Karte Satellitenansicht und du befindest dich hier und dann packen wir den Pöppel direkt auf das Gebäude weil das kann man mit Sicherheit sagen Bums dann gehen wir auf Fertig gehen auf Senden und Fertig und machen das aus so Fotorichtlinien schlampig erstellte Webseite dann haben wir das hier soweit und das ist ein ganz toller Wegpunkt der wirklich sehr sehr schön ist und auch dazu geführt hat dass Maps besser geworden ist weil ich das Schild so schön finde und heute zu wenige Fanfaren gezündet habe machen wir doch dann hier nochmal willst du nicht oder hast du schon wir gehen hier hin und jetzt müsst du doch die Verfahren kommen qualitativ sehr hochwertige die Karte gehören Bums 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 und wir könnten jetzt gleich mal ganz kurz gucken glaube ich wie es mit den Schnitzkunst Holzeulen habt ihr fein gemacht sind da so abgestellt doch das ist so geschnitzt damit es extra genauso auf das Dach passt das Laden kann man absehen es soll eine permanente Konstruktion sein weil hier unten Wellen ins Holz geschnitzt worden sind ansonsten hätte man auf die Idee kommen können es soll nur so einfach mal kurz gezeigt werden wir sehen es aber nicht nochmal auf dem Foto zur Einsendung warum nicht das ist traurig wir machen das groß und wir sehen hier da ist so da sind sie hier da da wir können sie sehen jetzt müssen wir es nur noch verorten können dann kriegt ihr eure Holzschnitts Stingsbumskirchen ok und da verließen sie ihn stopp hier ist das Gebäude was wir im Hintergrund sehen das ist das Gebäude im Hintergrund die befinden sich Gebäudekante und die befinden sich hier angeleuchtet das Bild kannst du machen das geht dann kriegt ihr eure Holzschnittsfigur mit den lustigen kleinen Eulen weil Eulen so niedlich aussehen ne das kommt hin weil hier ist dann die Einfahrt das Ding ist wahrscheinlich eher so 2 Meter hier aber egal das ist doch fein dann hast du nochmal eine Holz was wollte ich denn ich wollte doch gar nicht mehr bewerten aber weil es die Eulen gewesen sind haben wir nochmal gewertet ne Löwen ach ok Löwenapotheke ist so ein kunstvolles Nasenschild hätte man ein bisschen besser fotografieren können ne aber ist auch eigentlich ein No Brainer ne zeigen 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 hast du das nicht schon auf dem Dings Baumkuchen ist auch super cool wo bist du überhaupt Salzwedel ok guck mal hier hat schon einer da hat einer mitgedacht und hat mal so ein bisschen nach oben geguckt um so die Nasenschilder mit rein zu bringen sofern die was hergeben davor die Löwenapotheke haben wir noch nicht dabei hier kann ich nicht erkennen als Nasenschild gemeint ist nicht die Apotheke also das Unternehmen an sich sondern das Nasenschild das ist auch cool hier mit der Schere von dem Friseur ok 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 gucken wir mal ob sie da sein kann ich glaube mal für drei Sterne sind wir jetzt nicht noch tot Löwenapotheke gestaffeltes Haus spitz quer ans Gericht sozial wir hatten hier gestaffeltes Haus spitz und quer runter die Straße das Ding ist wahrscheinlich eher hier ne vor dem Ding das ist die Löwenapotheke das hier ist fein geriffelt und klein dabei fein geriffelt und klein dabei ist das zweite du bist hier Löwenapotheke hängende Kunstinstallation ok aber jetzt gucken wir gleich mal wie weit wir denn heute schon gekommen sind nein nein machen wir noch einen das können wir so nicht auf uns sitzen lassen Button TC rot-weiß Kassel e.V was soll das PEM Wappen TC du hättest ja auch einfach sagen TC rot-weiß Kassel und das auch aber mit PEM nützt uns nichts Tennisverein Kassel für sportliche Aktivierung und Erwachsene und das ist irgendwie so ein Wappen oder Emblem das sieht jeder sowieso das ist irgendwie so ein unnützes Wort das hier da hätte das so ausgereicht das war egal müssen wir uns nicht dope machen das ist an irgendeiner Wand deswegen ist es nicht im Grünen Streetview habt ihr natürlich nicht toll kann man das kippen dann drehen wir das noch eine Runde so den inneren Monk noch befriedigen dass wir da auf 70 kommen und da sehen wir das Emblem du bist dieser Pöppel du bist eine du bist ein Sportverein Rums die Bums dann gehen wir nämlich hier auf absenden hätten dann unsere 70 voll Meiers Milchautomat ist auch wieder so ein Ding den man dieser Pokestoppe will wenn ihr zwar Privatbesitz oder das Adoniert vom Besitzer so gewollt so ein Geburtsfoto zeigt im kurzen Weg von der Straße hier kann man sich frische Milch vom Lindenhof rund um die Uhr holen touristische Attraktionen bin mir sicher dass es da ist du bist ein Verkaufsautomat Verkaufsautomat das kommt weil es ländliche Region ist und eine Touristenattraktion darstellt wollen wir den mit auf der Karte haben regt zu größeren Aktivitäten an und mich stört es nicht dann jetzt über 70 zu sein ich wollte dann bei Verkaufsautomaten weil manchen Leuten nicht ganz sicher sein kann ob das eine Chance hat durchzukommen so dann wollen wir jetzt mal gucken dass wir hier bei 71 geblieben sind und stehen bleiben denkt daran diese Postkarten von dem Verein Jüßseehilfe kosten nur einen Euro das möchte ich nochmal kurz betonen die Internetadresse von dem Verein befindet sich auf dieser Postkarte Jüßseehilfe .de zu einem Verein Natur Seeschutz Vogelschutz für Naherholungsgebiet bei uns in der Stadt deswegen ruft mal die Seite auf damit die da ein bisschen bekannt werden und engagiert euch für die Natur und Umweltschutz vielleicht auch indem ihr eine Postkarte erwerbt ich gucke mit meinen Perspektiven wie ich mit den Kameras weiter arbeite ich hätte ganz gerne noch weitere Kameras damit ich die flexibler einsetzen kann und insbesondere im Sommer wenn das Wetter erheblich besser wird vielleicht auch so ein paar Sachen filmen kann die dann halt vielleicht so ganz cool sind so von wegen was ist denn hier in der Umgebung oder findet da irgendwas statt bei dem Foto hier kann man bei dieser Einstellung habe ich das jetzt mal so ein bisschen von hinten gemacht damit man so die Schateken und das Chaos hier ein bisschen bewundern kann es ist ein bisschen dunkel geworden können mal ganz kurz ok google butze anschalten alles klar ich schalte butze ein kann man vielleicht ein bisschen besser sehen rechts in der Kante sieht man das OBS dazu werde ich eventuell gelegentlich mal ein bisschen was zeigen damit man da vielleicht erkennen kann wie man so Fanfaren und ähnliche Dinge einspielen kann ohne Extension für OBS und ähnliche Geschichten das ist so der eine kleine Punkt den ich da rein bringe jetzt bin ich natürlich ziemlich grell weil sehr viel licht jetzt hier haben ich wünsche ganz ganz viel spaß ich hoffe es hat freude bereitet hier diese aufnahme zu sehen ich hoffe dass die zeichnung am beginn nicht zu verwirrend gewesen ist man kann sich diese abstrakten gedanken machen ich kam mir ein bisschen lächerlich vor deswegen ist das so holperig gelaufen weil es eigentlich so ist dass man das intuitiv richtig macht aber wenn man gezielt über bestimmte dinge diskutiert zum beispiel wenn jemand punkte verschiebt aufgrund von zellenerwägungen die projektion des virtuellen punktes verschiebt aufgrund von zellenerwägungen dann muss man das so ein bisschen sagen können dass das nicht okay ist und aus diesen und jenen Gründen da kann man aber auch auf das museum beispiel zurückgreifen dass es nicht nötig ist weil da keine barriere ist vor der man logischerweise stehen bleibt also ich und weil man das intuitiv richtig macht muss man die leute mit diesen zeichnungen normalerweise nicht verwirren wer sich redlich verhalten will da kriegt das schon irgendwie so ein bisschen hin wir kriegen ja mit dass es Sidesing spiele sind ich wünsche ganz viel spaß vielen Dank fürs zuschauen amüsiert euch gut reicht fleißig und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video